Einzelmisch. Ja. Verdammt. Alter. Haben wir gerade beide... Wir waren richtig in Kuma gerade. Hier ist gerade so ein Girl vorbeigerandet. Doch, die hätten auch die Sehnsucht auch sagen können. Auto vorbeigefahren. Da ist ein Auto vorbeigefahren. Ein cooles Auto, was so gewidelt hat mit den Haaren. Das Auto hat Haare. Rande. Digger, wie dieser Twinkle und der Wimpern hat. Kennst du denn vorne an den Lichtern? Oh mein Gott. Ich hab das Gefühl, dass unser Körper auch gerade so von rotem Essen ausgehungert ist durch die Lahn. Das ist sowas... So ein Scherpernfall. Nee. Das ist so... Sorry. Scheiße. Scheiße. Oh no. Die Rocks... Das war das Kabel jetzt nicht lang. Stell dir mal vorsichtig bei dir hin. Ja, ja. Okay. Komm mal ran. Ich hab geschwiegen. Zwei Dirts in den Bärbots. Ich hab das Kabel. Ich hab das Kabel. Das sind die Dirty Dirts. Das mit dem Sport hast du wohl von deiner Mutter. Also das mit dem Aufhören. Hehehehe. 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 Ich will ganz gerne mit dem Pimmel auf den Tisch knallen hier. Hehehehe. 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 Oh, nee. Uhuunt... Bis zum Morgen. Bis zum Morgen um 10. Peace, peace. Bye. Bis zum nächsten Mal.